Hallo meine Freunde, meine treuen Abonnenten. Ich habe davon erfahren, dass ein anderer YouTuber einen Account namens Apple Schorle erstellt hat und dort ähnliche Videos wie ich hochlädt. Er macht mir einfach nacht. Aber meine treuen Fans, ihr wisst doch, es kann nur einen Apple Schorle geben. Darum verlinke ich euch den Typen in der Beschreibung. Geht alle auf sein Video, nisslikt es und bombardiert die Kommentare. Apple Schorle ami, yeah!